moin mal leute und herzlich willkommen zu diesem video in diesem video möchte ich eine sache einfach nur sagen artikel 13 sollte für jeden mittlerweile ein begriff sein ja ist auf jeden fall ziemlich ungeil artikel 13 die grundlagen ist auf jeden fall schwachsinnig nicht und umsetzbar noch nicht mal mit upload filter das grundrecht internet zu haben die freie meinung zu sagen wird damit auch eingeschränkt also heißt meinungsrecht gibt es auch denn nicht mehr auch wenn jetzt viele sagen du laberst voll die scheiße nein ich glaube keine scheiße müsst euch mal ordentlich mit dem thema befassen was bedeutet das und das und das es gibt viele sachen wo ihr das auf jeden fall nachlesen könnt ihr solltet auf jeden fall mal googeln oder andere suchmaschinen benutzen ja meine meinung artikel 13 brauchen wir nicht und artikel 13 läuft das leben so weiter wie es sich gehört firmenschutz oder markenschutz oder kunstschutz allgemein ist zwar eigentlich eine gute sache aber wenn man so weit gehen muss dass man ja komplett überwacht wird beziehungsweise dass eventuell alles gefiltert wird was ihr postet videos produziert für youtube gibt es auf jeden fall echt harte grenzen urwehrrechtsverletzung heißt so gut wie eine früher war das ja also zurzeit ist das halt immer so um drei strikes kanal futsch wahrscheinlich wird das dann so weit ausgerichtet wird dass soweit 12 kommt der ganze kanal weg ist egal wie viele jahre man da zeit rein gesteckt hat ich werde trotzdem weiter videos produzieren so bis ich eine anzeige krieg keine ahnung ist mir auch egal dann krieg ich halt eine anzeige ja auf jeden fall ich werde auf jeden fall dabei bleiben artikel 13 kann mich mal am arsch lecken die cdu kann mich auch mal ganz tief im arsch lecken so die stehen da am meisten drauf der herr vog oder wie der spasti da heißt ja meine meinung ich weiß ich habe jetzt noch nicht so viel zu artikel 13 gesagt aber artikel 13 wisst ihr selber ist seid echt thematik auf youtube googeln überall könnt ihr es nachlesen überall kriegt ihr irgendwelche news davon ob youtuber oder was nicht alles ihr wisst was abläuft da zurzeit ich brauche nicht alles wiederholen was schon andere leute gesagt haben oder grund auf erklärt haben was was bedeutet meine meinung ist halt ja wenn artikel 13 durchkommt stehen wir haben wir auf jeden fall eine menge chaos zerstörung in deutschland da sich ja weil sowas nicht toleriert wird wenn die gefahr ist das internet verliert zu verlieren oder das internet wie in den 90ern wieder zurück zu haben nicht so geil auf jeden fall da gab es für mich nicht viel ja wahrscheinlich wird es denn so hart gefiltert dass nichts mehr durchkommt nur noch fake news ja meine meinung total schwachsinn macht ihr das von politiker hier kriegern wird auf jeden fall zerstörung das erste was untergehen wird sämtliche cdu gebäude ich wünsche euch schon mal viel spaß viel spaß in der hölle ciao 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 ciao